So, Servus Leute, Dere! Ich bin's wieder der Master vom Airsoftimadler und heute gibt es das erste Video im Jahr 2016 und wir starten mit einem sehr positiven Video, ein sehr positives Video für euch, denn wir machen ein Gewinnspiel. Es steht wieder ein Abonnenten-Special, also es ist wieder eine Abonnentenanzahl erreicht, wo wir ein Gewinnspiel machen wollen. Im Facebook habe ich geschrieben, dass bei 4.500 Abonnenten das nächste Gewinnspiel kommt, aber wir ziehen das Ganze ein bisschen vor und ich habe mir gedacht, machen wir das Ganze bei 4.000 Abonnenten. Letztens hat jemand unter einem Video kommentiert, dass ich bevor ich Videos mache, an Schnaps trinken soll. Das habe ich gemacht, danke für den Tipp. Ich hoffe, ich bin etwas lockerer. Ja, wir machen ein Gewinnspiel und wie gesagt zu unseren 4.000 Abonnenten-Special. Dieses Gewinnspiel, also die Preise, die wir da bekommen haben, wurden zur Verfügung gestellt von Begadi. Die haben uns Kugeln gesendet, eine Menge Kugeln, dann so Cappies und Patches, da habe ich auch einen hier. Und anderes Zeug noch, möchte ich mich auch nochmal bedanken bei Begadi.de. Sehr toll. Dann haben wir bei AirsoftGum-Punkter, die auch nachgefragt, die haben uns T-Shirts gesendet. Ich habe ja auch eins an davon. Die haben uns wie gesagt T-Shirts gesendet, sechs Stück. Dann noch Patches, da habe ich auch AirsoftGum-Patches. Und Kennzeichenhalter, möchte ich auch noch Danke sagen an AirsoftGum.at und auch AirsoftZone.com. Die haben uns auch sehr viel zukommen lassen. Die haben uns sehr sehr viele Patches geschickt. Da habe ich auch einen hier. Und sehr viele Gratisartikel von der Marke G&G. Also G&G. Da gibt es eine Menge Patches, Hit-Tücher könnt ihr, also sind in den Preisen dabei. Und noch sehr vieles mehr. Danke an AirsoftZone.com für diese Unterstützung und natürlich ein großes Dankeschön an diese drei Sponsoren. Wir hatten natürlich auch bei anderen Shops nachgefragt, aber leider geht es nicht bei allen. Das ist verständlich. Ja, deswegen möchten wir Danke an diese drei Shops hier geben. Gut, Gewinnspiel. Warum machen wir Gewinnspiele? Wir machen Gewinnspiele, damit wir Danke an unsere Abonnenten sagen, an unsere Zuschauer natürlich auch, aber vor allem an unsere Abonnenten. Es gibt Leute, die wirklich treu sind, die uns schon seit Anfang an kennen, die unsere Videos schon seit Anfang an schauen. Und ja, ich hoffe, die Abonnentenzahlen steigen weiterhin. Ich weiß, dass nicht regelmäßig Videos kommen, aber wir sind halt nicht so YouTuber, die jede Woche ein, zwei Videos raushauen. Das geht leider nicht. Wir haben alle einen Job, eine Arbeit. Haben andere Hobbys auch. Und das mit dem Video machen ist halt auch nicht so. Ja, ich hoffe trotzdem, dass jetzt wieder die Videos im Jahr 2016 von der Qualität etwas besser werden. Wenn ich selber Spiele habe, habe ich jetzt noch weitere Kameras, die an der Airsoft befestigt sind. Aber zum Thema Kameras und Kamerabefestigung bzw. Actioncams werde ich auch noch ein Video machen. Dann erzähle ich euch, was es bei diesem Gewinnspiel zu gewinnen gibt. Es gibt insgesamt drei Plätze. Die ganzen, also die drei Pakete sind ziemlich gleich. Es bekommt jeder ziemlich dasselbe. Bis auf den ersten Platz. Der bekommt noch etwas mehr dazu gelegt, aber das werde ich euch alles jetzt sagen, was jeder gewinnen kann. So, dann fangen wir beim dritten Platz an. Der dritte Platz kann ein Airsoftgun.at Poster gewinnen, von Verfügung gestellt von Airsoftgun.at. Zwei Packungen BBs. Eine Packung Prime PAX 0,20 Gramm und eine Packung SAR 0,23 Gramm BBs. Beides sind Bio BBs. Dann eine Begadi Cap. Zwei Hittücher, die von Airsoftzone.at zur Verfügung gestellt wurden. Zwei Airsoftgun.at T-Shirts in Größe M und Größe L. Und eine und jede Menge Patches von Airsoftgun, Airsoftzone und Biggadi. Wir senden auch noch Visitenkarten von uns mit und kleine Sticker. Der zweite Platz kann ebenfalls ein Poster von Airsoftgun.at gewinnen. Dann ebenfalls zwei Packungen BBs, jedoch einmal Green BBs, also mit 0,20 Gramm und eine Packung SAR BBs mit 0,25 Gramm. Dann wieder jede Menge Patches. Eine Begadi Cap. Visitenkarten von uns. Zwei Airsoftgun.at T-Shirts in Größe L und Größe M. Und zwei Hittücher von G&Ghip zur Verfügung gestellt von Airsoftzone. Und der erste Platz kann ebenfalls ein Poster von Airsoftgun gewinnen. Darunter sind noch Kennzeichenhalter von Airsoftgun.at. Dann wieder zwei Packungen BBs, einmal SRR 0,20 Gramm und einmal die Prime PAX 0,25 Gramm. Dann wieder eine Begadi Cap. Dann zwei T-Shirts von Airsoftgun.at in Größe L und Größe M. Und wieder jede Menge Patches. Der erste Platz bekommt auch noch ein Maus Patch, also ein Maus, ein Maus Pad für die Maus beim Computer. Und eine Caviar Bauchtasche. Und wieder Hittücher von G&G. Und wie gesagt jede Menge Patches und Sticker. Ja, das waren die Preise die jeder gewinnen kann. Bei jedem Preis geben wir Visitenkarten von uns dazu. So wie man sie hier sieht. Und Sticker von uns und andere Sticker. Das Ganze wird dann in eine Schachtel verpackt. Die Versandkosten gehen auf uns. Die zahlen wir persönlich also. Und wir hoffen natürlich, dass ihr sehr viel Spaß damit habt. Diese Preise haben wir zusammengerechnet. Das wäre ein Betrag, wenn man das Ganze kaufen würde, wenn man die ganzen Patches verrechnen würde. Dann wäre das alles ein Wert von circa 350 Euro. Also auch ein ziemlich cooles Gewinnspiel in meinen Augen. Was müsst ihr tun, um bei diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können? Wir haben ein paar Punkte, die ihr erfüllen müsst, damit ihr teilnehmen könnt. Der wichtigste Punkt ist natürlich, dass ihr dieses Video liked und dass ihr unter dieses Video hier einen Kommentar postet. Ihr müsst unter dieses Video hier ganz einfach schreiben, ich nehme teil. Dann müsst ihr, wenn ihr ein Facebook Konto habt, wären wir sehr sehr froh, wenn ihr das Video, also diesen Link hier auf Facebook teilen würdet, damit die Abonnentenanzahlen noch mehr steigen und dass wir, also damit ihr bald wieder ein Gewinnspiel haben könnt. Das Gewinnspiel wird eine Laufzeit von 30 Tagen haben. Also ab dem Zeitpunkt, wo das Video online ist, läuft das Ganze dann 30 Tage. Jeder, der kommentiert, wird auf ein Los geschrieben und jedes Los wird ausgedruckt natürlich, in einen Lostopf geworfen und nach diesen 30 Tagen wird einen Schlussstrich gezogen und beim Verlosungsvideo dann werden drei Lose gezogen und diese drei Gewinner können sich dann freuen. Ihr müsst uns aber noch eure Adresse geben dann. Ihr könnt uns mit E-Mail schreiben auf Facebook oder hier unter dieses Video kommentieren oder beim Verlosungsvideo kommentieren, dass ihr die glücklichen Gewinner seid und wir werden euch das Paket zusenden. Ich hoffe, euch gefällt es, dass wir so viele Gewinnspiele veranstalten und ich hoffe auch, dass wir wieder Videos bringen, damit ihr wieder Spaß daran habt, unsere Videos anzusehen. Ja, dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung mit YouTube oder Facebook. Dieses Gewinnspiel ist rein von uns, für Airsoftspieler von Airsoftspielern oder für Airsoftfreunde, Begeisterte, was auch immer. Ja, diese Preise wurden uns zur Verfügung gestellt. Dazu nochmal herzlichen Dank an www.airsoftgun.at, begade.de und www.airsoftzone.com. Das war's dann eigentlich. Bedingungen sind klar. Was es zu gewinnen gibt, ist klar. Ich hoffe, dass ich alles gesagt habe. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte bei uns entweder auf via E-Mail auf www.airsoftteamadler.com oder auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite www.airsoftimadler.de und schaut auch auf unserer neuen Facebook-Seite vorbei. Das ist die Airsoft-Club-Wallviertel-Seite. Ich verlinke euch die ganzen Links unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Glück fürs Gewinnspiel. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020